Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Versuche zu Lachen Challenge. Ich muss ja bei lustigen Videos meist nicht lachen, deswegen ist das hier eine Versuche zu Lachen Challenge und nicht eine Versuche nicht zu Lachen Challenge. Ich mache die ja ab und zu, das heißt so einmal im Monat ungefähr. Und ich finde die auch ganz lustig ab und zu. Also manchmal muss ich auch lachen, manchmal sind lustige Videos bei. Und falls ihr tatsächlich lachen müsst, schreibt mir erstmal in die Kommentare. Und wir fangen jetzt an mit dem ersten Video. Warte, was? Hey, Leute, hat jemand die Polizei jetzt? Mann, du bist so lustig. Streich! Hey, was ist das? Der fährt doch das hin. Das ist der Mann, ich sage dir. Sled Gang! Sled Gang! Sled Gang! Sled Gang! Ist das ein Trend? Sled Gang? Hat er das öfter gemacht? Was ist das? Was ist das für ein Trend? Was ist das? How are you feeling, bro? Sled Gang! A lot of ER shit! Oh my fucking... Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh! Oh my god! Oh my god! Oh! Danny! I didn't... Are you alive? I don't fucking know! I don't fucking know! Oh god damn it! Oh god damn it! I'm tired gang! I'm more like fucking broken leg gang! Alright, you know the drill cunts! I'm shaking my head, white people! Oh god damn it! Oh god damn it! Oh god damn it! Okay. Er hat ein Typ zu viel Jackass gesehen. Und... Und... Ähm... 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 Ja? Es ist Weihnachtsmann, meine Leute. Ok. Hier ist keiner gestorben. Jetzt ist jemand verletzt. Aber der Grund, warum ich sie zu Beginn mit... ...ist für Relaxationswürfe. Weißt du was ich schon sagen? Niiiice! Nice! Packers, das ist mein Geld! Hast du nichts über Sharing gelernt? Spongebob-Meme Lustige Spongebob-Meme Lustig! Okay, Dad hates Wii Music, okay Das könnte lustig werden, aber ich meine, der Titel verrät jetzt schon alles Der läuft jetzt die Musik und der jetzt kommt rein What the fuck is this fucking music? Wird passieren Let's go Turn that fucking thing Lauren, I've just cut it off Jeez Was? Der hasst das hier wirklich Let's go Turn that fucking thing Wollt ihr schon lachen oder Seid ihr auch einfach nur verstört Von dem wieses, die ich heute gesehen habe Was? ARD Text im Auftrag von Funk Wenn der Hund den ganzen Tag allein zu Hause war. Das könnte ein lustiges, kleines Hundevideo werden. Der Hund freut sich, dass das Herrchen nach Hause kommt. Das war einfach was Nettes und nichts Zerstörendes. Okay, was Nettes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo hast du... Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wo hast du geholfen? Komm raus hier. Wer hat das gemacht? Oh, oh ja. Oh ja. Es war ich. Shit. Wo ist... Kein Hund? Mir wurde ein süßer Hund versprochen. It's all... Nobody ever buys salt. It's always just there by default. How does it get there? No clue. I've never bought it. Have you? I've had a whole lot of people in my crappy life. Who've abandoned and ditched me and left me with strife. But I know that no matter how bad the assault. That somewhere nearby me they'll probably be salt. Yeah. Gut. Ist... Ist auf jeden Fall der beste YouTuber Song, den es aktuell gibt. Wir gucken jetzt noch ein Video, weil ich hab jetzt so viel geguckt. Ich bin so verstört. Ihr wahrscheinlich auch. Noch ein einziges Video. Und zwar das Video hier. Ist jetzt das Finale. Ich... Wirklich. Ich werde nur verstört, wenn ich noch weiterguck. Finale. Go. Geht's das mit Next Game? Okay. Du siehst wie die Tod in einem Tod, Freund. Du bist derjenige, der Destructo auf dem Red-Eyei-Grafjahr spürt. Siehst du? Okay, das war... 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 Gutes Timing. Okay, das war eine weitere Versuche zu lachen Challenge. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass jedes zweite Video, was so heißt, bei mir einfach nur verstörende Clips enthält. Äh, tut mir leid, falls ihr jetzt verstört seid und ich denkt, ey, das war irgendwie komisch das Ganze. So fühle ich mich auch gerade. Aber falls ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann klickt mal gleich hier unten auf das Video oder nach da auf das Video oder macht, was ihr wollt. Und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.